Mechernich, das Tor zur Eifel. Da leben, wo andere Urlaub machen. Das Stadtgebiet ist Teil des Nationalparks Eifel. Wir haben Wälder, Berge, Bäche, tolle Nahoholungsziele und sehr viele Sehenswürdigkeiten. Das Freilichmuseum zieht Besucher aus nah und fern und bricht viele Besucherrekorde. Wir sind eine junge und weltoffene Stadt. Vor 50 Jahren aus 44 Orten gemildet. Vor 45 Jahren mit den Stadtrechten ausgestattet. Eine Stadt mit beinahe 28.000 Einwohnern auf 180 bis 525 Metern über Meereshöhe. Und einer jungen, transparenten, bürgerfreundlichen Verwaltung. In unserer Stadt gibt es sehr viel zu entdecken. Wir sind mit Kreiskrankenhaus und vielen niedergelassenen Ärzten, sowie allen Schulformen eine in der Mitte der Region anerkannte Ärzte- und Schulstadt. Mit Bedeutung für das gesamte Umland. Die Bevölkerungsentwicklung ist positiv. Unsere hervorragenden Wohn- und Lebensumstände haben Mechernich zu einer Zuzugstadt gemacht. Vor allem junge Familien drängt es zu uns. Wegen seiner hervorragenden Infrastruktur und Lebensqualität ist Mechernich aber auch der ideale Altersruhrsitz für Senioren. Handel und Handwerk florieren. Wir haben mehrere Gewerbegebiete mit expandierenden Firmen. Mechernich ist ein bedeutender Bundeswehrstandort mitunter Tage-Depot. Der Freizeit- und Erholungswert ist hoch. Hochwirtschutzpark, Sommerrodelbahn und sehr viele schöne Orte. Viele Sehenswürdigkeiten. Die Eifelthermer Ziggurat bietet Schwimm- und Saunaspaß. Mechernich existiert seit prähistorischer Zeit. Besitzt zahlreiche Relikte aus der Römerzeit und dem Mittelalter. Die Menschen sind sehr traditionsbewusst, aber auch auf der Höhe der Zeit. Hier gibt es noch ein aktives Vereins- und Kulturleben. Von der jahrhundertelangen Bergbaugeschichte am Bleiberg zeugen heute noch ein Museum, Stollen und Gänge. Mechernich liegt im Herzen Europas. Hier herrscht ein offenes, tolerantes Klima. Wir haben es pre, sind leistungsbereit und um gelassene Lebensart bemüht. Machen Sie sich selbst ein Bild. Besuchen Sie uns. Sie sind herzlich willkommen. Machen Sie sich selbst ein Bild. 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 Untertitelung des ZDF, 2020